Schon Doma hat rausgemacht, noch und noch auf die Bühne zu kommen. Alles klar. Babys and Gentlemen, vielen Dank für die schöne Ansage, Torben. Leider müssen wir heute bitterbedingt auf unsere Country-Outfits verzichten. Der Hut war wirklich das Einzige, das überhaupt noch möglich war. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dankeschön, das war der gute alte Eddie the Rabbit, der Hase. Okay, das wollte ich eigentlich schon sagen.